Hallöchen und vielen Dank, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, könnt ihr kein Video mehr von mir verpassen. Heute möchte ich euch Galant im Garten der Schatten von Viktoria Schwab vorstellen. Und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ich habe mir hier diese Sonderausgabe geholt von dem Band. Und es war auch der erste Titel, den ich von dieser Autorin gelesen habe. Ich wollte einfach mal etwas von ihr lesen, auch weil ich sehr viel Gutes über sie höre. Und mich eben auch interessiert hat, ob mich ihr Stil irgendwie... Ob der mir auch zusagt, wie mir das gefallen wird. Und dann habe ich mich eben für diese Neuerscheinung entschieden. Da ich das... Ja, es hat sich so angehört, als ob es mich wirklich auch abholen würde. Und es hat sich sehr düster angehört, worauf ich auch ziemlich Lust hatte. Und es hat mich auch nicht enttäuscht, denn es ist eine sehr düstere, stille Welt, da der Hauptcharakter hier nicht sprechen kann, kein Laut von sich geben kann. Und es hat sich auch sehr gut gemacht, wie sie in diesem Waisenhaus lebt. Und wie sie dort aufwächst mit einer sehr lieblosen Erziehung. Man bekommt schon einen richtig guten Eindruck von ihrer Persönlichkeit. Und wie schrecklich sie es da auch hat in diesem Waisenhaus. Und wie furchtbar das da auch ist, dort aufwachsen zu müssen. Es wurde wirklich sehr, sehr bildlich, unglaublich gut beschrieben. In ja auch wenigen Worten, wenigen Seiten, finde ich. Ich habe einen unglaublich tollen Eindruck davon bekommen, wie es da sein muss, aufwachsen zu müssen. Und es ist halt nur am Anfang ein kurzer Eindruck tatsächlich, weil sie ja dann auch relativ schnell den Brief bekommt und dann in dieses Herrenhaus fährt oder dann zu ihrem Onkel fährt nach Hause. Und trotzdem, finde ich, hatte man einen so tollen Einblick, wie eben schrecklich das Aufwachsen da gewesen sein muss. Ja, und so geht es auch weiter. Ich finde, die Autorin hat einen unglaublich schönen Schreibstil auch für diese Geschichte. Einen sehr ruhigen, passenden, flüssigen Schreibstil. Auch bildlich. Ich konnte mir alles sehr gut vorstellen. Es wird immer aus der Perspektive von Olivia erzählt. Ihre Gefühle, ihre Gedanken. Sie kann sich ja nur durch Zeichensprache verständigen und die meisten können das eben nicht. Dann hatte sie ja noch diese Kreidetafel, die sie aber auch überhaupt nicht mochte. Deswegen versucht sie es dann eben auch mit Gesten sich eben immer verständlich zu machen. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ja, und ja, ich habe eben auch immer mit ihr mitgefiebert. Die ganze Atmosphäre, die ganze Welt ist schon ziemlich düster und manchmal auch etwas erdrückend. Die Story und der Spannungsbogen, die bauen sich hier langsam auf. Ich finde, es ist alles schon sehr auf den Punkt gebracht. Die Beschreibungen sind nicht zu viel und auch nicht zu wenig, sondern eben genau richtig, finde ich. Man kriegt einen sehr guten Eindruck in die Gefühlswelt von Olivia und auch die ganze Handlung fand ich eben logisch und verständlich. Und ja, es war für mich einfach nachvollziehbar. Es kommt hier nicht viel Action drin vor, dafür aber viel Mysteriöses, sehr viel Gefühl auch und ja, eher ab und zu auch manchmal ein bisschen gruselig, aber Action eher weniger. Also wer mit diesem, ja, wo es sich mehr um den Charakter dreht und mehr um eine ruhigere, mystische Story, für den ist es vielleicht nicht so was. Aber ich fand es überhaupt nicht langatmig oder nicht langweilig, gar nicht, sondern für mich war es durchgängig spannend trotzdem. Ich finde, Olivia ist ein sehr besonderer Charakter mit Tiefgang und auch mit einer beeindruckenden Stärke, wenn man sieht, was sie schon alles durchmachen musste und auch noch durchmachen muss und wie sie daraus hervorgeht. Ich finde, sie wirkt auch älter als 14, denn hier im Buch soll sie 14 sein, aber ja, für mich wirkt sie einfach älter. Und es ist auch interessant, wie man nach und nach eben erfährt, was aus ihrer Mutter und ihrem Vater geworden ist. Das Geheimnis löst sich nämlich nach und nach. Auch die Illustrationen, die hier drin sind, die die Mutter eben im Tagebuch hat, finde ich, haben nochmal bildlich sehr schön dazu beigetragen, um das dann nachher auch aufzulösen und die Rätsel eben zu lösen. Das Ende kommt dann sehr schnell und plötzlich, muss ich sagen. Und es hat mich auch etwas melancholisch zurückgelassen. Also ich kann nicht sagen, dass es jetzt ein Ende ist, was mich strahlen lässt. Das ist tatsächlich nicht so. Und da würde mich mal wirklich interessieren, ob das vielleicht sogar normal ist bei der Autorin oder ob das jetzt speziell nur in diesem Band ist. Ja, aber nichtsdestotrotz hat mir diese Story mit den Charakteren, also besonders mit dem Charakter Olivia, sehr, sehr gefallen. Und ich kann diesem Buch auf jeden Fall nur 5 von 5 Sternen geben. Ja, wie gesagt, es interessiert mich mal, wer Garland kennt und vielleicht auch noch andere Reihen oder Bücher von der Autorin. Ich kann mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es vom Ende her das normal ist bei ihr, so ein Ende. Oder ob das eben in diesem Band so ist. Ich weiß ja, dass sie auch noch das Buch geschrieben hat, das unsichtbare Leben der Adi Larue. Aber das hat mich jetzt vom Inhalt her einfach nicht so überzeugt, dass ich sage, ich möchte es unbedingt lesen. Deswegen, also, wie gesagt, wer die Autorin schon in mehreren Büchern kennt, kann mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten bedanke ich mich, wie immer, fürs Zusehen. Eure Rena. Tschüss. Tschüss. Tschüss.